Welchen solchen Sachen eingeladen bin. Völlig romantisch. Leck mich am Arsch. Sieh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Ada, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich hab zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Tja, warum nicht? Ah, das gefällt mir. Aber... Oh, das ist genau das Richtige. Das sieht nicht wirklich nach Abendgarderobe aus. Passt perfekt. Wie maßgeschneidert. Ne, sieht wirklich nicht nach Abendgarderobe aus. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Und noch das hier. Nein. Nein, nicht mein Bart. Nein. Nein. Nicht meinen fucking Bart. Nein. Nein. Er hat meinen Bart rasiert. Soll man mich. Wenn ich je eine schönere Frau sage. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh. Ein Schwanenhals. Eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. Sei gewiss, je näher du mich kennenlernst, desto besser werde ich dir gefallen. Wie nah wäre das? Nah genug, dass du all meine starken Seiten siehst, mein Liebchen. Und ich habe so viele. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich habe Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Was denn zum Beispiel? Du könntest bisweilen etwas entspannter sein. Entspannter? Hältst du mich für verklemmt? Ich meine, es wäre schön, wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das Leben genießen könntest. Statt ständig aller Leute Probleme lösen zu wollen. Aber was hat das mit... Ich verstehe es nicht. Natürlich nicht. Du bist so klug wie ein alter Schiffszwieback. Sei froh, dass du mich hast. Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mal anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Erdbeere. Nehmen wir das einfach mal als Kompliment. Hallo Welt. Da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln. Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen zuhauf. Zuhauf. Hört, hört. Aber keine so schön wie du, Rabarber-Törtchen. Diese Komplimente. Was ist denn mit seiner Sprache los? Die klingt so nach 17. Jahrhundert. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Und als ich jung war, haben Olgiert und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Geil. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbeerchen, tu ich alles. Soll ich, soll ich mit dem, ja ich muss hier ansprechen. Okay, ich speichere. Aber eigentlich sollte ich in Ordnung reden können mit dir. Alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank. Aus ganzem Herzen. Und nun, genießt das Fest. Wir sind dran. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir. Geralt von Riva. Genau, das bin ich. Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten. Wegen der Bräute. Die duften vielleicht. Ich könnte glatt. Aber ja. Wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Okay. Hier gibt es zweieinhalb Kommentare, die nicht anständig sind. Und einer davon ist gelb. Zum Glück ist der gelbe nur der halbe. Das Woher kennst du Shani wäre interessant zu fragen. Aber ich denke mal, das unterlassen wir. Vor allem, weil Shani das ja schon mehr oder weniger gesagt hat, dass die irgendwie zusammenarbeiten... Genug geschnattert. Es ist mir scheißegal, ob ich den Mädels gefallen. Das Wichtige ist, dass sie mir gefallen. Nimm bis Mitternacht an den Hochzeitsfestivitäten teil. Am wichtigsten ist, dass du dich amüsierst. Mach das Beste draus. So, was haben wir hier? Das ist sicher. Ich hab ihn gesehen. Okay, nein. Die redet mit einem Typen. Das sollte man nicht machen. Das kann nicht gut laufen. Warte, ganz kurz. Was für ein Sport ist das? Hey, ich bin auf der anderen Seite gelandet. Hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden. Und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib... Äh, ich meine, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Schaff diesen Krüppel weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Ein Schwein ein Pferchen. Schaff mal den Hexer ran. Okay. Warte, ganz kurz. Los, bewege dich. Bewege dich. Komm, dein Schweinchen. Der Pferch wartet schon auf dich. Na? Na? Auf. Schwein. Nein, Schwein. Falsche Richtung. Ach. Ist ja furchtbar. Ach so, das eine Schwein folgt mir einfach. Ah. Stimmt, das macht man ja mit Axie. Es ist doch drin. Ein Schwein ein Pferch. Ah, das hätte da rechts rein müssen. Komm her, du Schwein. Schwein. Gut. Wie, wiek. Bei Fuß. Komm her. Wie einfach. Seht her, ihr Bauern-Trottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich. Ja, das sind sie. Stehe da, Meister Hexer. Ah, was war das gerade für ein Trick mit den Zingern? Genau. Hab ich schon mal gesehen. Ein Hexer sagte meinem Mann, dass er sich aufhängen solle. Dann zeichnete er ein paar Figuren in die Luft. Und der Typ wurde wahnsinnig. Das heißt, du hast betrogen. Und wirst nicht zum König der Schweinehirten gekrönt. Scharni, was sagt Geralt in solchen Situationen? Verdammt. Ja, ganz genau. Verdammt. Das würde ich sagen. Geht und schiebt euch eine Hake in den Arsch, ihr Hundesöhne. Sehe ich aus wie ein Schweinehirte? Komm, Scharni. Ich habe genug von diesen Hinterweltlern. Oh, das war aber nicht so schön. Verliebt mir, Scharni. Ich habe dich enttäuscht. Wegen des Schweins? Das brauchst du nicht. Aber ich wollte dieses Ding für dich gewinnen. Ernsthaft, das ist nicht wichtig. Nicht im Geringsten. The fuck? Sag mir, Scharni, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralts Namen und Gestalt. Natürlich, aber dennoch. Je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihn jedoch zu erleben. Also sage mir, woran hapert es? Hm. Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Und wenn alle Mädchen stehen auf mich, dann beweise es. Mit Vergnügen? Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Gelande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Flodimir von Everett. Das Lustige ist, dass ich sie ja bereits angesprochen habe und sie so... Ksch. Wen haben wir denn da? Ksch. Kennen wir uns? Hallo. Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Sag doch, Schönheit. Apportiere mich nicht, Charney. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Hallo. Again. Nein, Entschuldigung, aber ich muss gerade an einen anderen Witz denken. Hat es wehgetan, als ich vom Himmel gefallen bin? Nein. Als du die Erdkruste aufgebrochen hast, als du aus der Hölle gekrochen bist. Mein Augenster. Du bist mehr als ein Mädchen. Du bist ein Wunder der Natur. Endlich hat uns das Schicksal zusammengeführt. Aber ich... Ich weiß nicht, ob... Du brauchst nichts zu wissen. Ich weiß genug für uns beide. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Die sieht aber wirklich abartig gut aus. In Novigrad, Ochsenfurt. Ja, selbst in Kofien. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da will ich dir alles erklären. Meski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deines Gleichen zu beschützen. Hm. Hm. Bleibt ruhig, Bursch. Es ist nichts passiert. Ich habe nur eine unschuldige Unterhaltung mit einer unschuldigen Maik geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiser reden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Stopp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Vlodimir von Everec, ein Feigling. Beruhigt euch, Jungs. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Huah! Hier! Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Kann ich den jetzt erst auf so eine über den Kopf ziehen? Zaunlatte, die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen. Verdammter Lustmolch. Oh. Oh, ich habe beide gleichzeitig gekontert. Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste Abreibung? Der verdammte Idiot hat mir die Tracht Prügel meines Lebens verpasst. Wie klar, man. Oh, ich war so noch vor den Augen einer Boote. Na. Auf. Versuch doch. Hier, Luschen. Komm schon. Tu doch so, als ob du mal was damit machen kannst. Plump plump. Haben wir genug Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von F-Effekt? Ich meine, mit einem Hexer mithalten. Hinfort mit euch. Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen. Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun, los, hinterher. Nein. Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Das Lustige ist, ich glaube, wenn man verloren hätte, hätte man sie sogar gekriegt. Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gästevermögen nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut. Ich versuche es. Oh oh. Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh. Na gut. Bis jetzt hab ich alles verm- Gäste. Behöden sind... Ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, in dem man ihre Brüder verprügelt, ist... Kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Äh. Also bis jetzt war ich echt scheiße und furchtbar. Hallo. 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 Heute war noch nicht alles. megh Herzlich willkommen Maxim. Jane dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. und seinen schuh sollte ich am besten auch gleich hinterher holen der hat aber ziemlich stark geworfen und jetzt weg so das ist der eine das ist der andere und das ist ich habe schanys schuh noch nicht entdeckt doch ich müsste jetzt alle haben oder die zwei von der einen frau ok und den von shani meine ich könnte noch mal nachgucken aber ich meine ich habe alles ne ich habe wirklich alles es gibt hier nichts mehr verdammt moderich der teich bin bis zu den achseln versunken kein schlamm der welt kann dich von meinem schuh fernhalten oder all den anderen schuhen die im see gelandet sind das stimmt es ist besser sich umsonst zu übertreffen als seine durchschnittlichkeit bereuen zu müssen interessante theorie und sie gründet auf der praxis jeder dieser schuhe würde seine eigentümerin veranlassen den rock zu heben und sich zu bücken um ihn anzuziehen natürlich nein wie gewitzt und abgefeimt das merkst du ich finde ich habe einen kuss verdient kein bisschen überhört der schuhe vielleicht erklärt sich eine bereit sei nicht eifersüchtig das war ein scherz die anderen sind wir ein allein ach ja erkennst du ihn meinen schuh nun streck dein geschmeidiges beinchen aus lass ihn ich meine es hinein kleiden gegen die das ist genau meine musik tanzen wir meiner erfahrung nach passen hexer und tanzen nicht zusammen heute passen sie zusammen wie braten und schnaps tanzen wir die scheune nieder er hat gerade etwas mit schnaps kombiniert das einzige was zu schnaps nicht passt ist eine krankheit na immerhin tanzen kann er und nun etwas besonderes für unsere besonderen gäste hexer gerald und seine entzückende partnerin charlie musikanten spielt auf für das schöne das schöne paar das schöne paar endlich gehts ans tanzen ich zeige dir jetzt meine romantische ade ich dachte gerald hat nur eine erotische ade und der typ noch mehr du bist wirklich nicht übel du bist wirklich nicht übel mit einer partnerin wie dir könnte sogar ein stuhl tanzen scheiden du bist ich tue mein bestes aber beim darf kann ich einher schreiten wie eine frau welch eine kombination die frauen sind sicher verrückt danach in diesem körper noch keine aber dieser körper hatte dutzende das hat er auch schon zu vielen gesagt wahrscheinlich ich glaube nicht ich glaube nicht ich konnte nicht ich konnte nicht im jenseits im jenseits ja darf ich dich küssen du bist unverbesserlich kann ich kurz mit gerald sprechen wozu dieser schnarcher hat dir nichts interessantes zu sagen bitte na schön siehst du wie ich sie rumkriege versau es bloß nicht scheiß tust du das ich kriege alles mit aber ich kontrolliere nicht was ich tue oder sage warum fragst du ich wüsste gerne wie es ist mit dir zu tanzen nur dir das würde nichts ich tanze nicht gerne ich würde mich dir nicht aufdrehen ich täte gern was er gerade getan hat warum tust du es denn nicht na raus damit aber normale menschen benehmen sich nicht wie Ludimir und Everett weil sie Jammerlappen sind sei nicht grob insgesamt ist er ziemlich amüsant ha hörst du ich bin amüsant und dir sitzt ein stock so tief im arsch dass du keine hüte tragen kannst ich bin ich bin du hast der hat getan als würde er nicht dabei haben wir uns nie getroffen wer war das Gaunter Odyk der Spiegelmeister was macht der hier helfen frag ihn doch ja er hat sich gezeigt da müssen wir mit ihm reden schon mal überlegt dass er in der Gegend war und spontan vorbei gekommen sein könnte Der tut garantiert nichts zufällig und erst recht nicht aus einer Laune raus. Ich soll hier Spaß haben und stehe seit fünf Minuten da wie die Öldötzen, während ihr laudert. Ich komme wieder rein. Ach, schon besser. Los, Scharni, verschwitzen wir dich die ganze Nacht. Hm. Gut. Die Nacht ist jung. Komm, pass uns wild zu Hause. Scharni, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmalt mich wie ein Papier. Lass dich nicht aufhalten. Da. Party harder. Okay. Oh, was kann ich hier machen? Achso. Na, egal. So, dann reden wir mal mit ihm. Ah, da ist eine Frau zum Glück. Wir haben auch wehgetan. Aber Honigkuchen besteht auch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Stimmt. Was für einen Mumpets-Tisch der denen denn auf? Sei still, hör zu und lang. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das innere Saft. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren. Sie riechen. Liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Sean. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du olgiert von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Wahnsinn. Du kannst mich sehen? Also mich? Flodimir von Everett? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Kerat bin. Den Hexer. Und wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen ließ? Jemand wie du? Ein Niemann. Wow. Ich würde mich als Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln. Aber wenn du mich nochmal beleidigst, du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich, daraus wird nichts. Du bist nicht wie er. Egal wie sehr du dir es aufwürfst. Ich habe meinen Bruder nie beneidet. Natürlich hast du ihn. Er war ein leuchtendes Vorbild. Olgiert war schneller, treffsicherer, stärker. Oh, das war ein Tiefschlag. Schani, es tut mir leid, dass du dir das anwürfst. Das ging unter die Eier. Sonst hat er ja den Wunsch nicht ausgesprochen. Oh. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tatbar. Fünf Handreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgiert hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle fünf mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgiert besucht mein Grab. Oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Hm, nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästern. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Es ist die teuerste Zutat. Also wenn ich in die Eier getretenen Eiertritt kassiere, kann ich nicht mehr so viel Spaß haben. Wie der rumläuft. OBS, please. So. So. Möge dein Bad frei und stark. Auf euch, ihr Herr und Sven. Mögen eure Werte sprießen. Ohne, dass ihr je drauft hättet. Yeah. Ich habe einen Schluck genommen und bin Hacke. Wuhu. Wuhu. So. Noch zwei Stunden. Im Spiel. Und ich bin wieder nüchtern. Das möchte ich immer noch nicht ruinieren, aber das hier. Arm drücken. Nein, Gwent. Ich kann aber kein Gwent spielen. Willst du vielleicht eine Partie Gwent mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund beleidigen zu werden. Ernsthaft, ich muss jetzt Gwent spielen. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich habe mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihn Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Was? Ich habe 10.000 Münzen. Ich finde es lustig, wenn er da so die Hose runterzieht oder so. Oh, Geralt hat einen kleinen. Das schert mich nicht. Ich werde sie. Komm schon. Also. Ähm. Was ist da ein Nahkämpfer? Okay. Wo ist das hier? Äh. Ach, konnte ich die Karte jetzt einfach hinzufügen? Ja, dann passt das. Äh. Redanischer Fußsoldat zweimal. Aber die haben nur einen Angriff. Kann ich das Spiel einfach so starten jetzt? Ah, hier steht Eingabespiel starten. Ah, okay. 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 Also. Ach so, okay. Gut. Die anderen sehen eigentlich recht gut aus. Dann schmeiße ich noch den Soldaten raus. Was steht denn im Titel? Sollte dran stehen. Ähm. Wut. Also DLC und. Ob wir es heute bis zum Ende schaffen. Also. Dann spiele ich als allererstes. Ja, bin Siegrin. Nein, es sollte Montag dran stehen. Nicht morgen, sondern Montag. Könntest du das ändern? Äh. Hebt alle Effekte von Wetterkarten auf. Okay. Hm. Ein paar Untote. Versteht denn da? Lege diese Karte neben meine Karte mit demselben Namen, um die Stärke der beiden Karten zu verdoppeln. Okay. Dann spiele ich Siegfried aus. Okay. Kann man passen? Stimmt. Was ist meine Anführerkarte? Ich suche deinen Nazi-Stapel nach extrem dichter Nebel und spiele die Karte sofort aus. Oh, das ist eigentlich ziemlich gut. Seltsam. Ach ja, du hast immer noch keine Mordrechte. Dann mache ich das gleich. Okay, dann spiele ich jetzt eine Bugenschützin aus. Und ich hoffe, dass er jetzt nochmal einen Katapult setzt. Zerstöre die nächsten Nahkampfeinheiten des Gegners. Wenn die Gesamtstärke seiner Nahkampfeinheiten mindestens 10 beträgt. Okay, das heißt, ich kann jetzt keinen, äh, den ich ja nicht mehr ausspielen. Das ist aber halb so schlimm. Er hat 16. Deadmold. Okay. Ist nicht von Sonderkarten oder Spezialfähigkeiten betroffen. Okay. Was? Tauscht diese Karte gegen eine Karte aus dem Schachtfeld aus, um sie wieder in deine Hand hinzuzufügen. Oh. Das ist eigentlich ziemlich asozial. Ich könnte... Wurste einfach nur... Nichts machen. Irgendwo ist auch nichts machen. Ah ja, Leertaste halten, passen. Okay. Äh... Das Problem ist... Obwohl... Ich... Habe es verkackt. Yes! Der Gegner hat gepasst. Äh, ne, Moment. Das nicht, das nicht, das nicht. Sehr schön. Ja, über Ankerport sollte das auch gehen, aber dann müsste ich trotzdem minimieren. So, was macht klärende Kälte? Alle Nahkampfkarten auf 1. Okay. Ich dachte, Nebel ist gegen... Die Fernkämpfer. Okay. Was? Ah! Ich hole jemanden zurück. Da nehme ich Deadmold. Ich habe noch 17. Ich muss nur noch diese Runde gewinnen. Und bis jetzt sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Yes! Jetzt denkt er so, haha, ich habe sehr viel. Und ich so... Nein. Okay. Das hat trotzdem nur einen Angriff. Was? Ich habe gewonnen. Puh! Das ist das erste Mal, dass ich Gwind gewonnen habe. Du bist geliefert, Kumpel. Hopp! Ich soll's Ohren auf die Eselsbirne. Oh, schade. Ich hatte dich schon mit den Ohren gesehen. Das wäre ein interessanter Anblick gewesen. Ich sehe auch anderweitig interessant aus. Du würdest schon sehen. Ich denke drüber nach. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit. Trinkt, Beer. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mache dir den hoch. Du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstände. Möge der Spaß weitergehen. Okay. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich es geschafft habe, diese Gewinne zu gewinnen. Hörst du auf dich auf? Trink doch mit uns. Lass uns nicht betteln. Wir trinken auf das Brautbar. Sehr gerne. Ja, Hexer? Was? Hey. Ah, hier. Na? Trink mit uns. Schönen Damen schlage ich mir etwas ab. Auf dein Heul des Alts. Und auf dein... Doch, das ist der DLC. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir heute sein. Äh, man erkennt es daran, dass Geralt hier auf der linken Seite dieses Mal hat. Und wegen dem Mal, ähm, muss ich jetzt hier so eine Reihe von Quests durchführen. Und das ist halt eine eigene Story. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgeweilt. Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Willkommen zurück, Fabi. Seid ihr fertig mit der Uni? Ja gut, wenn Maxim schon da ist, denke ich ja... Wo ist hier mit Trinken? Ach. Hast du dir am Kopf hier getan? Na gut, dann muss ich halt noch dieses andere hier draußen machen. Nein, das Montag steht dafür, dass heute Montag ist. Und dementsprechend weiß man dann halt im Titel, wenn man das dann im Nachhinein ran guckt, wann das Ganze stattgefunden hat. Scharni-Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Bruder Schluck Brutzel Brutzel. Boah, solcherlei Schabernack-Seichnen. Furchtbar teuer. Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angeholt. Oh shit, dann schreib bitte Dienstag hin. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die schwere Eltern halten uns für arme Schlucker. Den werden wir uns zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Also, ich weiß, dass wir Dienstag haben, weil ich bin heute Morgen zum Lotto gefahren. Ich musste dieses Paket für den Laden abholen. Dementsprechend weiß ich, dass wir heute Dienstag haben. Ich hab's nur verwechselt, weil ich die ganze letzte Woche dachte, am Montag kommt der DLC raus und ich hab's erst am Samstag erfahren, weil er tatsächlich rauskommt. Also. Bevor ich meine Hexer-Investigationen unternehmen kann, bedarf ich aller Informationen. So teilt mir alles mit, was ihr wisst. Dankeschön. Also, der Feuerschlucker ist mittags hier eingetroffen, hat sich satt gegessen, am Spalten, nicht an Feuer, und ging dann spazieren, um Gase abzulassen, wie er sagte. Da hat dieses Hundemonster ihn gesehen und ist aus der Haut gefahren. Weswegen? Keine Ahnung. Geh, geh, die. Ja, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einer leint. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug einen Narrenkant, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Blodimere. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Mäh! Naschen, du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Blodimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind. Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali, das Abenteuer ruft. Was war das für ein Kommentar? Halali. Ladies and Gentlemen, ich hätte zuerst das hier spielen müssen und dann irgendetwas schwules streamen. Das sind wirklich Hundespuren. Das sind wirklich Hundespuren. Aber so klein. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. Aber Bettler können nicht mehr langs sein. Ich folge dieser Spur. Ich denke mal, ich muss zu diesem roten, pulsierenden... Punkt. Der so groß da rumleuchtet. Und ich denke mal, ja, dass ich mit Axi... Das ganze... Hashtag how to climb. Komm her, lass dich knuddeln, du Hund. Hilda, komm runter. Oh nein, komm, nicht in Frage. Ich lebe mein Leben. Und was jetzt? Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen. Über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Aber die Hochzeit ist schon beinahe vorbei. Seinen eigenen Schwanz fressen. Komm runter. Die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Und sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Ich habe dich angelogen. Fass! Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Rettermann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Und leer. Holla, welch köstlicher Med. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Med ist lecker. Aber ich flog vor einer reißenden Bestie. Einem haarigen Monster mit Fangzähnen. Einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Nein, nicht das Heinekenhorn. Das Medhorn. Mit Med gefüllt. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Zieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann. Geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Oh, du führst mich nicht hinters Licht. Ich kenne Typen wie dich. Also, das ist der Plan. Wir folgen diesem Weg, bis wir bei der Hochzeit ankommen. Bis dahin solltest du ausgenüchtert sein. Aber... Ruhe. Weißt du, wer ich bin? Wenn ein Adliger spricht, hörst du zu. Du weichst mir nicht von der Seite. Wir kehren zur Hochzeit zurück und dort gibst du eine Vorstellung, bei der die Gäste sich vor Freude einnässen. Kapiert? Geil! Ja! Auf geht's! Ruhe bewahren und beinne bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist froh, aber es ist hier. Oh. Okay. Hier lang. Sprint, 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 Sprint. Ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie dein Schniedel eine Zelle. Versteck dich, Blinddorna. Oh, ich hab... Meine Waffen dabei. Nein, nein, nein. Das geht nicht. Bleib hier. Oh, ja, es geht aufs Maul, du verdammtes Stück Scheiße von Schwein. Ah. Interessant. Ich kriege keinen Schaden. Ich frage mich das denn, wo ich meine Schwerter herhabe. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturgrundler. Mann. Er hat genauso viel Ahnung vom Leben. Äh, ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Artenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschenkt. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit bleibt. Gartenklein. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und er kann besser blasen als je zuvor. Wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein. Und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschappen oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit ist bisher. Wer ist seine Säune des spektakulären Auftritts eines volkslosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Ich überlege mich gerade einzunästen für den Witz, aber... Nein, das dauert dann zu lange die Sachen zu wechseln. Und das hier aufzuwischen. Ich dachte, der nimmt die Fackel jetzt in den Mund. Oh ja, das tut er. Und weil er so viel gezächt hat, verbrennt er jetzt. Achso, doch. Tut er nicht. Der puste seinen 70%igen Atem einfach mal... ... gegen die Fackel. Yay, Erfahrungspunkte. Da, mein erster Hexerauftrag. Erleicht. Feuerspucker. Gefunden. Sein Arsch. Gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Am besten für den Geist. Tja. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh, Schan. Ich komme allein zu. Jungfer. Ich habe im ersten Teil dafür gesorgt, dass sie keine isst. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Riemenheit bin. Geralt, das muss nicht sein. Na gut, dann nicht. Also Schiff, ohne Nachfrage kein Angebot. Aber es wäre eine großartige Riemenheit. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Du bist Brautjungfer, Schan. Tu deine Pflicht. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht. Und mit ihr naht die Haube. Ich hätte dir was gemacht müssen. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los erhebt die Gläser. Auch die Fisch vermählten. Auch die Fisch vermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht so schnell aufs Zimmer. Da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich. Eure Beugelfeine. Die Braut ist jetzt deine. Du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn. Be-ten, Be-ten, Be-ten. Sie ist dir ergeben. Blumen, 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 Blumen. Sie wird dir toll sein. Und schenken wir wahren darauf, dass hier ein Herz ist. Dem heiligen Braut nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Und ich bin weg. Wie gemütlich der das getan hat. Und Geralt so, ah! Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen. Wie wir auf Olgiers Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Ihm. Mach ich. Gibst du ihm, achso, seinem Bruder. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Ich dachte, der Brief wäre für Sharni. Entzückende Tradition. Errettende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem, niederwogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Sharni hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Nein, nein, nein. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Ist Vlodiniers Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tübchen. und zugleich beginnt mir. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Pah, wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Sharni, Lieben. Ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Vlodimir von Elvarek. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Oh, sie haben sogar die Wunde immer noch dran gelassen. Oder ich nehme dich mit mir. Eine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Ja, die tragen alle Blumen, Maxim. Ja! Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Haha. Götter, was ist hier passiert? Was hast du ihm angetan? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Ah, ich habe kurz ein bisschen Zeit. Wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Ja. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe. Woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Everett wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Der Typ ist einfach nur wirklich so das Programm hinter Witcher 3, wie die Geschichte geschrieben ist. Der weiß einfach alles. Das war's. Ich würde gerne noch bleiben, aber... Keine Entschuldigung, Geralt. Ich bin nicht wütend. Ein Hexer muss seinem Weg und seiner Profession folgen. Ich habe vielleicht den falschen Eindruck gekriegt und einfach zu viel von dieser Hochzeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Nicht so richtig. Ich sehe nach Idona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Shani, warte. Shani, warte. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge. Danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgehen. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden. Als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Woosh. Vielen Dank.